Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Frank Schuh von Elliot Waver Live. Hier vor euch seht ihr jetzt meine letzte DAX-Analyse vom Wochenende. Das ist die Wochenanalyse, die am Sonntag erschienen ist. Und wie ihr schon ausreichend wisst, habe ich mich ja seinerzeit für diese Zählweise entschieden, bei der wir hier auf dem Hoch Ende 2021 die 1 hatten, eines Supercycles. Und wir würden demnach hier nochmal deutlich runtergehen in die Welle 2, gemittelt bei 61,8%. Das würde aber immerhin 6458 Punkte bedeuten. So, jetzt habe ich die letzten, ja heute und auch gestern, habe ich damit verbracht und Sonntag damit angefangen, euch hier die neue Technik beizubiegen. Das heißt, Ishimoku und die Heikin-Ashi-Kerzen hier. Hier ist das noch nach dem alten klassischen Verfahren. Und jetzt fangen wir einfach mal an, zunächst mal auf die altbewährte klassische Weise diese Analyse nochmal zu prüfen. Ich habe bewusst darauf verzichtet, die jetzt nochmal jetzt gerade anzupassen. Wir sehen also exakt das in der Analyse, was ich am Sonntag dann auch über das Video verbreitet habe. Und das ist auch so beabsichtigt, damit ihr sehen könnt, ja, wie groß ist meine Abweichung von der Realität. Ja, hier im Tagesschart, da sieht man noch wenig. Und dann gehe ich mal auf den 4-Stunden-Chart. Und da hatte ich hier oben eine 3 eingezeichnet, hier unten eine 4. Und meine Meinung ist, das kann man so gelten lassen. Hier eine 3 hin, da eine 4 hin, dann würde noch eine 5 kommen. So, das kann ich jetzt auch machen. Das mache ich aber im Stunden-Chart. Das heißt, was hat sich jetzt satire geändert? Eigentlich nur, dass wir jetzt die 3 beendet haben, so wie angekündigt. Da sage ich ja immer, die 3 hat ideal die Ausdehnung, kann und darf aber auch andere Ausdehnungen haben. Und hier haben wir dann die 4. Das hier setze ich ein bisschen nach rechts, damit wir hier nicht so einen geraden Strich von unten nach oben haben. Da werde ich die 2 mal etwas rüberparken hier. So, also, ich mache jetzt mal, im ersten Schritt mache ich folgendes. Da ich dieses Level fast erreicht habe, setze ich erstmal kurz hier die 3 dorthin und die 4, oh, jetzt habe ich mich vertippt. Eine Sekunde, Leute. Und die 4 setze ich hier auf den tiefsten Punkt, der sollte hier gewesen sein. Dann hat die 47,9% gemacht. Da aber diese Welle 2 hier oben schon über 90% hat, ich mache mal den Stopp hier weg. Die muss jetzt gleich versetzt werden, die Welle 2. Die war eben ein bisschen tiefer, da war der Stopp noch gut da drüber. Aber ich habe jetzt hier die Retracements. Ich setze die jetzt hier einfach auf 88,7. Aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was das auch jetzt bedeuten kann. Denn da die Welle 2 mit 88,7 schon mehr an Strecke gemacht hat als gemeinhin üblich, kann die auch hier zu Ende gewesen sein. Wenn man will, kann man also hier auch eine 5 rein zählen. Also das ist halt immer die Schwierigkeit bei LJ2EF. Man kann im Nachgang überall eine favorisierte Wellenzählung rein drücken. Das geht ja von daher ist ja immer das Entscheidende, dass man sich vorher entscheidet. Hier wäre es jetzt entweder möglich, dass die 2 zu Ende ist. Dann ist das hier eine 5 oder dass wir nochmal hoch gehen. Dann ist es hier erst eine 5. Das ist aber jetzt aus dieser Warte nicht mit 100%iger Sicherheit durch mich zu sagen. Denn wir haben ja jetzt kein Muster, was irgendwo eine Bestätigung ist. Denn wir sind ja jetzt schon seit Tagen in einer, wenn ihr seht hier, ungefähr hier, seit hier. Das war der 12. Januar. Das ist ja schon über drei Wochen her. Seit über drei Wochen sind wir in einer Seitwärtsphase, wo wir einmal jetzt am Freitag nochmal ein Hoch gemacht haben. Aber es bleibt eine Seitwärtsphase. Die ganze Zeit hat sich hier noch nichts getan. Und jetzt taucht hier gerade im Chat die Frage auf. Danke für die Frage. Die ist nämlich spannend. Wann wissen wir, dass es die 2 ist? Normalerweise handelt man LJW so. Also das ist zumindest die gängige Methode und die sichere Methode. Wenn man davon ausgeht, dass eine 2 zu Ende geht, dann wartet man erst die Welle 1 ab. Das ist die hier unten. Das muss ich jetzt aber in einem anderen Maßstab jetzt zeigen. Sonst klappt das gar nicht. So. Das hier kann ich zusammenschieben. Das brauchen wir hier nicht. So. Diese Welle 2, die gehört allerdings hier oben hin. Das war noch nicht sauber. Normalerweise ist es so, wenn man jetzt eine 3 handelt, versucht man normalerweise nicht hier oben das Top zu finden. Gemeinhin. Sondern man wartet die 1 ab. Schaut. Die 1, die kann man dann als fertig betrachten, wenn wir hier oben einen sauberen Rücklauf in der Welle 2 gemacht haben. Zwischen 50 und 78 Prozent Rücklauf. Dann setzt man hier oben dann einen Stopp hin. Das mache ich jetzt nicht hier auf das Dach sozusagen. Setzt man dann einen Stopp. Und handelt dann die Welle 3 der übergeordneten Welle 3 im Kreis. Ja. Ich hoffe, das ist verständlich geworden. Das und erst dann, wenn der hier wieder runterkommt und wir unter der 1 ein neues Tief machen, dann haben wir die tatsächliche Bestätigung. Das heißt, auch in der Literatur, also wenn es darum geht, wirklich nach technischer Analyse wirklich sauber zu handeln, dann ist es nicht so, dass man versucht, die längste Strecke mitzunehmen, sondern man beschränkt auf der einen Seite seine Risiken durch möglichst knappe Stops. Aber wenn man professionell handelt, dann geht man immer erst in den Markt, wenn man solche klare Signale hat. Das heißt, ein Profitrader, der geht echt erst in den Markt, wenn wir das hier rausnehmen. Und der lädt von diesem Rest dann, den er dann mitnimmt hier. Ja. Ich weiß, dass hier, das hier, das ist ganz normal, auch menschlich, finde ich, und weit verbreitet. Immer hier testen, 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 in der Hoffnung. Jetzt muss er doch zu Ende sein, jetzt muss er doch oben angekommen sein und so weiter. Also aus fachlicher Sicht ist das nicht richtig. Ja. Ich lasse jeden, wie er will. Das ist ja auch nicht meine Angelegenheit. Ich mache Analysen. Ich mache kein Ausbildungscamp hier für Händler oder so. Das kann man nebenbei noch besprechen, wie jetzt. Aber die Frage beantwortet sich dadurch, dass man sagt, erst hier, wenn er hier wieder durchgeht, dann haben wir die Bestätigung, alles klar. Der wird hier oben wohl fertig sein. Und dann setzt man aber einfach seinen Stopp immer tiefer, weil der Markt darf immer nochmal ausbrechen. Im Moment ist es so, dass wir erst mal hier kein neues hoch machen dürfen. Da stecken wir noch. Wir sind ja noch gar nicht an dem Punkt, wo wir überhaupt vermuten dürfen, denn die 2 ist vorbei. Das ist momentan noch eine These, ja. Und ich habe sie jetzt sicherheitshalber, weil das hier, dieser kleine Weg hier, ist gar keine Strecke. Deswegen habe ich die 2 jetzt noch bei 88,7 hingesetzt, weil hier, das sieht mir nach einer 3 aus. Wenn das hier, ja, sieht so aus für mich. Untergeordnet. Ja. Wissen tue ich das nicht. Das ist nur Verstand und Elliot Wave Technik. Am Ende macht der Markt dann das, was er einfach macht. Und ich muss mich dann wieder darauf einstellen letzten Endes. Jetzt möchte ich dann aber auch mal Heikin Ashi und auch, ich wollte schon sagen, Hashimoto Kaizen. Nein, ne, Ishimoto, Hiko Hiyo. Die möchte ich jetzt mal dazu nehmen. Denn dann können wir ja auf diese Weise eher ermitteln und erkennen, wo die Trendwendebereiche sind. Ja. Weil deswegen habe ich das jetzt eigentlich eingeführt. Ich gehe jetzt einmal zurück auf den normalen Livestream-Shot, den wir haben. Das hier habe ich jetzt auf Auto Elliot Wave laufen. Das ist für den Livestream. Weil ich nicht in der Lage bin, immerfort diese Sachen händisch zu analysieren und zu aktualisieren, dass die immer für euch hier aktuell sind. Und da wir in dem Livestream bisher immer den Auto Elliot Wave benutzt haben, benutze ich ihn noch weiterhin. Der macht auch eine gute Arbeit. Ja. Aber jetzt sind wir nicht mehr nur auf Elliot Wave angewiesen, sondern ich nehme das Beispiel hier. Da sagt Elliot Wave, wir kriegen eine 3. Diese These wird derzeit gestützt durch das, was wir hier sehen. Da gehe ich jetzt hier in diesem ganz konkreten Fall nicht auf die Indikatoren ein. Ja. Aber für meine regelmäßig erscheinenden Analysen, die ich dann selber erstelle, da baue ich den jetzt dann auch mit ein. Ausgehend von meiner Hypothese, dass das so aussehen wird. Jetzt müssen wir Folgendes bedenken und freundlicherweise hat mich ein lieber Kollege eben nochmal im Chat darauf hingewiesen. Wenn wir statt der normalen Bar Charts OHLC, wenn wir stattdessen jetzt Heikin Aschi Candles nehmen, dann werden die Kurse geglättet. Dann nimmt der Verlauf die Spitzen sozusagen raus. Und dadurch haben wir eine Glättung. Man sagt, das Marktrauschen oder das Kursrauschen wird entfernt. Und dadurch weichen aber dann die Kurse ab. Ich bin jetzt schon öfters darauf hingewiesen worden, ja, laufen die Kurse nicht mehr. Doch, die laufen. Aber wenn ich jetzt umschalte und das mache ich jetzt mal auf die Heikin Aschi Candles. Dazu muss ich das Ganze dann jetzt auseinanderziehen. Dann, die werden komplett anders berechnet. Eine normale Candle, die hat ja OHLC auch in ihrer Candle drin. Das haben die nicht. Die werden ganz anders berechnet und es findet eine Glättung statt. Sekunde, liebe Leute, ich muss im Hintergrund mal kurz niesen. Moment. Und das hat gerumst. So, also, ihr müsst also daran denken, dass es hier, die sind ganz toll, aber wir haben hier, da werden die kleinen Unebenheiten rausgefiltert. Die werden, das macht die Bewegung ruhiger und man kann den Trend besser bestimmen, ja. Und von daher können wir immer auch schnell mal umschalten, ja. Ich mache aber meine eigentliche LJW-Analyse zunächst mal auf Basis der OHLC-Bars, damit wir ein möglichst unverfälschtes Bild haben und schalte dann um. Okay. Aber hier sehen wir auch jetzt hier eine 4, da unten. Die hat 47,9% gemacht. Und die müsste eigentlich auch 47,9% haben, wenn ich die OHLCs nehme. Dann hat sie auch 47,9. Der hat 230,1% bei 15,544. Ist auch geblieben. Das heißt, wir haben noch nicht mal die Differenz. Aber ja, dazwischen haben wir Glättungen auf jeden Fall, ja. Und ihr seht hier auch keine Gaps oder sowas, ja. Also, das sieht ganz anders aus. So, jetzt haben wir schon mal die Heikin-Ashi-Bars. Da können wir dann zum Beispiel sehen, dass wir jetzt gerade hier, dass sich hier möglicherweise eine Abwärtsbewegung andeutet. Aber wenn man diese Kerzen richtig lesen kann, dann sieht man, dass das noch nicht bestätigt ist. Man könnte zwar jetzt immer dann, wenn wir die erste Kerze haben ohne Dort, die hier zum Beispiel, dann warten wir auf die nächste Kerze, die auch keinen Dort hat. Und dann hat man ein Signal in Richtung runter, weil das sind ja schwarze Kerzen, die zeigen uns den Weg nach unten. Hier ist aber so wenig Momentum drin, weil die dienen ja auch als Momentum-Indikator, diese Kerzen gleichzeitig. Und auch so unruhig, dass das nicht nach einem Trend aussieht bisher. Das heißt, jetzt ist es so, dass wir hier möglicherweise einfach nur noch mal die 4 nachher rüber schieben müssen. Jetzt legen wir noch unseren Ishimoku da drüber. So, jetzt haben wir weitere Indikatoren. Der sagt jetzt auch, ab hier, es geht runter. Immer dann, wenn der Tankansen die violette Linie durchschreitet, dann macht der ein rotes Dreieck. Signal nach unten. Wir haben auch schon die Cloud verlassen nach unten. Das ist ein bierisches Signal. Ja. Der blaue ist noch unter dem Kurs, unter dem Kursverlauf. Das ist ein bierisches Signal. Das heißt, ich habe jetzt hier die zwei da oben noch. Wenn sich jetzt hier in den Bars und das auch in den höheren Zeitebenen, obwohl im Stundenchart ist das schon sehr gut. Wenn sich das hier bestätigt, dann kriegen wir hier einen abwärtsgerichteten Trend. Wir sehen das hier viel eher und das können wir im Elliot Wave so nicht sehen. Also, das sieht nicht schlecht aus. Ich würde sagen, wir warten das jetzt mal ab, weil wir sind total in der Seitwärtsbewegung. Da kommen natürlich auch schwarze und weiße Candles. Aber solange da kein Volumen, kein Momentum, keine Kraft dahinter steckt, würde ich die sowieso keinesfalls handeln. Also, weil die Märkte, die sind komatös, die sind uninteressant, die bewegen sich einfach nicht. Bei den Spreads, die wir haben, kann man dabei einfach nur Geld verlieren. Wir brauchen Trends und die haben wir im Moment nicht. Das spricht dafür, dass wir uns andere Märkte parallel ansehen, die davon verschont sind. Waren- und Terminmärkte zum Beispiel, Währungsmärkte zum Beispiel, Kryptos zum Beispiel, Einzelwerte zum Beispiel, die wir uns rauspicken. Da ist dann im Moment vielleicht auch zwischendurch mehr Geld zu verdienen. So, das erstmal dazu. Das heißt, die Anpassung, die ich jetzt vorgenommen habe, nach der Wochenanalyse vom Sonntag, war minimalst. Deswegen habe ich auch gestern unter anderem keine Analyse gemacht, weil es ist ja auch nichts passiert gestern. Also, warten wir es ab. Damit ist die DAX-Analyse im Grunde genommen abgeschlossen hier. Und das können wir jetzt schon mal sagen. Der Drang des Marktes Richtung fallende Kurse ist momentan ausgeprägter. Und wenn wir jetzt nochmal zwei Kerzen bekommen, die oben eine Glatze haben und kein Herrscher rausstehen haben, dann sind alle Kriterien erfüllt für einen bierischen Markt. Und wenn das dann im Stundenschart auftritt, dann hat das auch noch eine gewisse Stabilität, das Ganze. Gucken wir uns das jetzt aber in einem 30-Minuten-Chart an, dann sind wir da auch schon nach unten sehr stark bierisch unterwegs. Heute Abend, kurz vor 19 Uhr, wird noch ein Interview mit Jerome Paul stattfinden. Ich will mich gar nicht dazu äußern, jetzt zu den Inhalten. Ich möchte nur festhalten, dass das wieder ein Moment sein kann heute Abend, wo die Volatilität ansteigt. Was wir auch nicht ganz vergessen dürfen hier, das hat der Marius von Projekt 30 heute veröffentlicht. Der Wix-Index, der macht jetzt einen Wolfekeil zu Ende. Und wenn er sich nach oben auflöst, dann geht der Wix-Index richtig hoch. Also da steht jetzt ein Ausbruch im Wix-Index bevor. Und der Apex davon, der steht kurz bevor. Also das wird noch sehr interessant werden. Deswegen habt Geduld, Bewegung kommt, aber immer nur, wenn Ereignisse sind. Dazwischen ist das immer sehr ruhig hier, das Ganze. Das Volumen in den Indizes, in den Aktienmärkten, ist viel geringer geworden in den letzten Jahren. Das Geld ist sehr stark abgewandert in andere Bereiche. So, ich schließe damit. Ich habe es jetzt wieder mal ein bisschen ausführlicher gemacht, nachdem ich jetzt gestern nichts gemacht habe. Und wenn das jetzt wenige Analysen sind im Moment, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich muss erst wieder ein bisschen zu Kräften kommen. Und dann läuft das wieder. Und nach der Änderung, die wir jetzt hier gemacht haben, braucht das auch ein bisschen Zeit. Wir müssen das jetzt alles ein bisschen assimilieren. Aber der ganz große Vorteil ist ja, und das ist ja auch mein großes Ziel, dass ich euch damit noch unabhängiger machen möchte. Denn auch wenn hier gerade kein Programm stattfindet, seid ihr ja sehr gut in der Lage, das hier in euren eigenen Charts bei TradingView, bei Metatrader oder wo auch immer ihr wollt, abzubilden und damit auch schon zu handeln. So, das ist ja das Ziel, dass ihr nachher euch auf eure eigene Expertise verlassen werdet und danach handelt. Ja, okay, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später. Der Frank Schuh von Elgert Weber Live.